Da wären wir wieder. Mit Spider-Man und einem Level, das ich überhaupt nicht mag. Zack, zack, zack. Bam, bam. Links, rechts und irgendwo hin und Hackefuß und hast du nicht gesehen. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, oh Gott. Aber ich hab ihn bald, liebe Leute. Oh nein, was machst du denn? Ah, Spidey, ey. Du bescheuerter. Und? Fuck, du wirst gar nichts rappen. Wie? Der war doch nass. The fucker. Ich lese gar nicht, was da unten steht. Ja, anstatt in seinen doofen Move zu machen. Fuck you, Spider-Man. Ohne Scheiß. Anstatt in seinen beschissenen Move zu machen, hätte der lieber mal... Oh Gott, ey. Ich lasse ihn apart. In your face. Ich lasse ihn apart. Ja. in was für ein trümmern mann fuck you ey der gegner ist der ist so scheiße ich sag's euch ohne kack der kotzt mich jetzt schon an aber ich habe ihn hoffentlich gleich hier hoffentlich brauche ich nicht zwei drei parts für den das kopf mich schon an er zittert doch noch mit deinen beiden ja nee ist klar ficky 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 alter mann bis ich da hinkomme ja noch ein paar muss noch ein bisschen action komm schon das ist das letzte mal jawoll geht doch endlich mit dem level durch ich sag's euch schlimm ich weiß gar nicht wie viele parts habe ich jetzt dafür gebraucht fünf fünf parts mindestens ja komm zwei ist doch mehr als eins wieso gibst du mir nicht gold die hofft eh nur da weißt du ich muss die ganze drecksarbeit machen und die hofft da nur guck mal spiderman ich gebe dir ein paar tipps ja tipps beweg mal den arsch keule ey egal das war es erstmal mit sandman und wir machen auf jeden fall im nächsten part weiter mit ist das krähe ich habe keine ahnung also bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal